Herzlich willkommen bei Unterstrom. Bei uns geht es um spannende Menschen, die Teil der Energiewende sind und uns erklären, wie sie die Energiezukunft mitgestalten. Ich freue mich, heute bei mir im Studio begrüßen zu dürfen Michael Franzilin. Er ist Leiter der Telekom bei der ILA-KVKW und kümmert sich da um technische Kommunikationslösungen und deren Infrastrukturen sowie etwa Glasfasernetze. Demnächst auch in der Region Bregenzerwald. Ganz ein spannendes Projekt. Hallo Michael. Hallo Isabella, vielen Dank für die Einladung. Erklär mir doch vielleicht einmal dein Tätigkeitsfeld bei der ILA-KVKW. Gerne. Wir als Telekom sind externer Dienstleister auf dem öffentlichen Telekommunikationsmarkt sowie auch und hauptsächlich interner Dienstleister für die ILA-KVKW. Wir kümmern uns dabei um sämtliche technischen Kommunikationslösungen für die Konzernstandorte wie etwa Umspannwerke, Kraftwerke oder Verwaltungsgebäude. Teile davon sind beispielsweise Funktechnologien wie unser landesweites Richtfunknetz, Telefonie-Lösungen aller Art, Videoüberwachungssysteme und eben als größten Bereich bei uns die Glasfasernetze für die Datenleitungen der kritischen Infrastruktur. Also Glasfasernetze sind ein Teil deines Alltags, ein großer Teil und du hast uns davon auch was mitgebracht. Genau. Wir sind als ILA-KVKW einer der wenigen im Land, die Infrastruktur errichten, betreiben und besitzen, wie auch Glasfasernetze. Glasfaserkabel wie diese Type hier, also ein klassisches Erdkabel, haben wir zu rund 1.100 Kilometern im Land verbaut, in Leerrohrsystemen eingeblasen, also unterirdisch verlaufend. Und eine andere Type ist ein sogenanntes, wie wir es im Fachstark bezeichnen, Erdseil, wie wir es auf Hochspannungsleitungen als Freileitung einsetzen. Okay, und wofür braucht oder nutzt man das dann? Glasfaserkabel haben in erster Linie, ähnlich wie andere Übertragungsmedien, die Funktion, den Zweck der Datenübertragung für sämtliche Technologien. Der wesentliche Unterschied bei Glasfasern besteht darin, dass man sehr hohe Datenmengen mit Lichtgeschwindigkeit sozusagen über sehr hohe Distanzen nahezu verlustfrei übertragen kann. Auch eine Eigenschaft dabei ist, dass sie bei dieser Datenübertragung so gut wie unempfindlich gegen Temperatur beispielsweise oder andere Fremdeinflüsse wie elektromagnetische Felder beispielsweise sind. Du arbeitest mit deinem Team im Moment an einem großen Projekt, Stichwort OTN, optisches Transportnetzwerk. Was muss ich mir darunter vorstellen? Man muss wissen, Glasfaserkabel können ihre Kapazität erst dann richtig ausschöpfen, wenn sie mit der richtigen Technologie kombiniert werden. Eine dieser Technologien ist beispielsweise die OTN-Technologie, die wir gerade dabei sind, bei Ilwerke VKW als neues Trägernetz aufzubauen. Wir sorgen dabei für die Zukunft vor, indem wir gewährleisten, dass die künftig geforderten Bump-Raten auch wirklich übertragen und gemanagt werden können. Wir sind also in Vorarlberg in den Bereichen Datentransport und Internet sehr zukunftsfit. Würde ich schon sagen. Wir arbeiten als Ilwerke VKW ständig daran, unsere Netze weiter auszubauen und zu ertüchtigen. Trotzdem kann das Glasfasernetz Ilwerke VKW natürlich nicht alle Regionen gleich gut versorgen und stellt nur einen Teil der Infrastruktur in Vorarlberg dar. In der Region Bregenzer Wald beispielsweise werden wir in den nächsten fünf Jahren ein weiteres Großprojekt starten und in sieben Gemeinden unser Bestandsnetz weiter ausbauen und quasi die Faser bis zum Haushalt verlängern und sogenannte FTTH-Anschlüsse herstellen. Und da kommt dann, glaube ich, auch der dritte Gegenstand, den du mitgebracht hast, zum Einsatz. Genau. Wir gehen gezielt in Regionen, die schlecht oder gar nicht mit Internet oder Breitband versorgt sind. Das kann man sich so vorstellen, dass wir auf Basis unseres Bestandsnetzes das Netz quasi in die Fläche erweitern und die Faser bis ins Haus ziehen. In solche Multirohr-Systeme werden letztendlich die Glasfaserkabel, die Hausanschlusskabel eingeblasen und ein farbiges Röhrchen stellt dabei einen Kundenanschluss dar. Ihr grabt diesen kleinen Leitungen also quasi durch den Vorgarten? Genau. Wenn das Interesse an einem Hausanschluss besteht, machen wir auch das. Uns ist nämlich sehr, sehr wichtig, dass wir von Anfang bis Ende einen vollwertigen Glasfaseranschluss herstellen, der diese Qualität eben aufweist. Gerade jetzt, wo der Glasfaserausbau in ausgewählten Regionen stark forciert und gefördert wird, sollte jeder diese einmalige Chance nutzen, sich an das zukunftssichere Glas anzuschließen. Die eigenen Anforderungen sind natürlich nicht in allen Regionen gleich oder der Schuh drückt nicht überall gleich, muss man so sagen. Aber die Anforderungen werden steigen und spätestens die Nachkommen werden seinem danken. Wie kommt man denn jetzt dazu, mehr Informationen, wenn man Interesse hat? Für Hausbesitzer, die in unserem Zielgebiet wohnen, wird es in den nächsten Wochen Bürgerinformationsveranstaltungen in ihrer jeweiligen Gemeinde geben. Und parallel dazu werden wir unsere Homepage neu gestalten und mit den grundlegenden Informationen und Ausbauplänen bestücken. Sehr wichtig ist mir dabei, es wird ein Interessensbekundungsformular auf der Homepage geben, die alle Vorarlbergerinnen und Vorarlberger ansprechen soll, weil es nicht ausgeschlossen ist, dass wir bei ausreichend Interesse auch andere Regionen gezielt im Ausbau vorziehen können. Du hast jetzt davon zwei sehr großen Projekten erzählt. Wie groß ist denn dein Team überhaupt? Die Telekom-Mannschaft besteht aktuell aus 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Acht davon an unserem zweiten Hauptstandort in Van Danz, der Rest in Bregenz. Unsere Hauptaufgaben sind dabei die Technik, die Montage, das Projektmanagement, Prozesswesen und auch ein eigener Vertrieb. In allen anderen Bereichen sind wir in sehr enger Zusammenarbeit mit anderen Organisationseinheiten der Ilberke VKW, wie beispielsweise Netzdokumentation, Rechtsabteilung oder Einkauf. Bräuchtet ihr da vielleicht noch Unterstützung? Könntet ihr noch neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen brauchen? Ja, wir sind aktuell tatsächlich auf der Suche im Telekom-Team. Wir suchen beispielsweise Projektassistenten für den Glasfaserausbau, einen Glasfasermonteur in Van Danz und einen Glasfasermonteur in Bregenz. Wir freuen uns natürlich aber aufgrund des Wachstums aktuell über jede Bewerbung. Was müsste denn ein Bewerber oder eine Bewerberin für Qualifikationen mitbringen? Früher hat man sich im Bereich der Telekommunikation sehr, sehr stark auf Nachrichtenelektroniker, Nachrichtentechniker konzentriert. Die Erfahrung der letzten Jahre hat allerdings gezeigt, auch bei Neueinstellungen der letzten Jahre, dass ein gesunder Hausverstand und eine ordentliche Portion Motivation schon die halbe Miete sind. Wir arbeiten hier in einem sehr speziellen Umfeld mit Glasfasern. Allerdings betreiben wir hier keine Raketenwissenschaft und eine gewisse Affinität zur Technik. Und die Freude an einer großen Bandbreite an Aufgaben ist schon sehr wichtig. Wer ist denn bei euch genau im Team? Die meisten Mitarbeiter bei uns sind eigentlich Elektrotechniker, ausgebildete Elektrotechniker. Ich selbst bin eigentlich Elektroingenieur. Wir haben allerdings auch einen Projektleiter, der früher Jalousien verkauft hat oder Projektassistenten mit forschlicher Ausbildung oder eben auch einen Bäcker, der später eine IT-Lehre nachgezogen hat. Einer unserer Monteure, der sich hervorragend eingearbeitet hat, war früher mal Lokführer. Es muss einfach menschlich passen, das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Ich weiß auch, dass die Ilverke VKW viele Benefits haben für die Mitarbeiter. Welche nutzt du? Ich nutze beispielsweise die vergünstigte Skikarte vom Golem, die Fischereikarte für die Speichersäne im Montafon oder heuer erstmalig das Ferienbetreuungsprogramm für unseren siebenjährigen Sohn. Und auch habe ich schon mal einen Urlaub in den Ferienapartmentsailwerke VKW in Kärnten verbracht. Du bist also begeisterter Angler mit sehr viel Ruhe. Fischen gehe ich eigentlich nicht mehr so intensiv. Vielleicht, wenn die Kinder wieder größer sind. Jetzt aktuell oder seit einigen Jahren verbringe ich sehr, sehr viel Zeit auf der Jagd. Was macht man als Jäger im Jagdrevier? Klassische Aufgaben im Revier oder Revierarbeiten sind Betreuung von Winterfütterungen oder Bau oder Reparatur von Ansitzmöglichkeiten oder beispielsweise Fördern oder Errichten von Essungsflächen für Wildtiere. Also nicht nur mit der Waffe unterwegs im Wald? Nein, wir sind natürlich sehr, sehr, sehr viele Stunden auch im Revier ohne Waffe unterwegs. Letztendlich steht immer der Naturschutz und der Tierschutz im Vordergrund bei der Jagd. Also sehr wichtige Aufgabe, die du da übernommen hast. Wir sind jetzt leider schon am Ende unserer Sendung. Sie heißt Unterstrom. Daher auch noch an dich die Abschlussfrage. Was bedeutet für dich Energiezukunft? Energiezukunft bedeutet für mich, unter möglichst schonender Nutzung der lokalen Ressourcen, Energie regional herzustellen und die Energieunabhängigkeit somit zu fördern. Mit unserer Wasserkraft, diversen Energiedienstleistungen, Wärmenetzen und eben auch hochverfügbaren Datennetzen sind wir da schon auf dem besten Weg. Vielen Dank, Michael, für den Besuch im Studio. Sehr spannende Geschichte von dir und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Danke dir, Isabella.